Als erstes kann man damit perfekt klatschen, wie beim Wasser. Außerdem sind lange Sprünge, wie zum Beispiel hier im Hintergrund, gar kein Problem. Man kann sich auch zu stellen hin teleportieren mit dem Boot, wo es zum Beispiel schwieriger ist, ranzukommen. Was vielleicht viele nie wussten, ihr könnt einen Minecraft unendlich bepowern, wenn ihr ein Boot reinschiebt. Und natürlich darf das Eis nicht fehlen, was wahrscheinlich schon sehr viele Kanten. Außerdem könnt ihr damit perfekt im Nether klatschen, nur ohne einen einzigen Damage zu kassieren. Kranke Plays gehen natürlich auch, so wie jetzt hier im Hintergrund gezeigt. Naja, sowas sollte man jetzt hier nicht machen, weil das ist halt nicht so produktiv. Mobs Farm geht natürlich auch easy, weil ihr die einfach ins Boot reinsetzen könnt. Und natürlich, ach, wenn ich auch den normale Sinn, ihr könnt es als normales Boot nutzen. Kranke Plays